Was ist da mit dazu? Und da sieht man doch schön, da hinten, siehst du schön, wie das, da haben sie ja schon angefangen, aber man sieht, wie viel Wasser das schon abbegriffen hat. Alle Balken, alle, das ist Wahnsinn. Und wenn du das überlegst, dass das einfach weggekloppt werden müsste. Also man kann theoretisch hier eine normale Wohnung bauen und alles ersetzen lassen. Da brauchst du noch ein bisschen mehr wie Ihnen.